Hallo, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast Happy, Holy & Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und meine große Vision ist es, so viele Menschen wie möglich mit dem Thema moderne Spiritualität zu erreichen und dazu beizutragen, dass spirituell zu sein das neue Normal ist, weil wir alle einfach spirituelle Wesen sind, die hier auf dieser Erde eine menschliche Erfahrung machen und solange wir unsere eigene Spiritualität aus unserem Leben ausklammern, wird immer etwas fehlen und sich auf diesen Weg zu begeben, sich selbst einfach besser kennenzulernen, sich mit der eigenen inneren Welt auseinanderzusetzen, in die Verbindung zu gehen mit allem, was ist, ist einfach etwas unglaublich Kraftvolles, Erfüllendes und ich liebe es, darüber zu reden und es ist einfach meine große Vision, hier während meines Lebens Menschen dazu zu inspirieren, diesen Weg zu ihrer eigenen Spiritualität zurückzufinden, weil es mein Leben komplett verändert hat, wie hunderttausende Leben von Menschen, mit denen ich bereits zusammenarbeiten durfte. Und deswegen gibt es hier diesen Podcast, weil ich Menschen einfach gerne hier in diesem Podcast auch dazu inspirieren möchte, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, mit inspirierenden Menschen zu sprechen. Und eine von diesen inspirierenden Menschen ist heute hier auch im Podcast, Saina Bayatpur, eine so wundervolle Frau. Sie ist unter anderem die Gründerin von dem Frauennetzwerk SheSiety. Sie ist Coach, sie ist Businessfrau, sie hat wahnsinnig viele Unternehmen schon in ihrem Leben gegründet und sie hat eine unfassbar bewegende Geschichte, weil sie als kleines Mädchen während des Iran-Irak-Kriegs nach Deutschland geflüchtet ist, zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder zusammen, kurze Zeit später ihren Vater verloren hat und hier in Deutschland dann natürlich konfrontiert war mit Rassismus, mit dem Anderssein, mit dem Ausgeschlossenwerden und mit der Erfahrung, sich jetzt erstmal diese vollkommen neue und auch fremde Kultur irgendwie annähern zu müssen. Und heute ist Saina einfach ein solches Leuchtbild, kann man sagen, für alle Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die sich ausgeschlossen gefühlt haben, weil sie vor allen Dingen auch durch ihren eigenen spirituellen Weg, durch Selbstheilung und durch die Arbeit an sich selbst, durch das Wiederfinden von ihrem eigenen Licht, von dem, was sie wirklich ausmacht, von dem Austreten aus diesem Hamsterrad, in das wir dann reinsteigen, um irgendwie Liebe zu bekommen, weil wir denken, dass wir nicht liebenswert sind. Das hat Saina geschafft und ist heute in ihrer Mitte angekommen und lebt ein sehr, sehr erfülltes und glückliches Leben, hat jetzt ihr erstes Buch veröffentlicht, Steh auf und leuchte, wo sie genau davon erzählt und darüber sprechen wir heute auch in diesem Podcast. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du könntest gerade die volle Ladung Frauenpower gebrauchen und möchtest gerne einer Frau zuhören, die ja richtig ihren eigenen Weg gefunden hat und für sich selber einsteht und das macht, was ihr Freude bereitet, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß beim Zuhören. Es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste. Deine Nacht. Saina. Ich freue mich so, dass du da bist. Ich mich erst. Willkommen. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe gerade dein Baby hier bei mir auf dem Schoß. Ja. Dein Buch. Ja, das wäre ein bisschen so. Echt? Echt? Es ist auch ein Baby. Wirklich? Es ist auch wirklich ein Baby. Es ist eine Geburt. Man glaubt es nicht. Es ist so. Und ich würde gerne tatsächlich direkt, weil das ist die Seite war, die ich gerade aufgeschlagen habe. Ich würde gerne anfangen mit dem Selbstliebe-Gedicht, das du hier reingeschrieben hast. Magst du? Erst vorlesen. Erst vorlesen. Okay. Selbstliebe. Ich wähle dich allen voran, allem voran. Ich wähle dich für immer, ohne Zweifel, ohne Zögern. Ich wähle dich, voller Liebe, ohne Reue, ohne Scham. Ich wähle dich, kleines Mädchen in mir, damit du heilst und du auch mich wählen kannst. Boah, das ist so schön. Das geht so in Resonanz mit mir. Weil wenn ja die letzte Strophe nicht da wäre, könnte man denken, so ein typisches Liebesgedicht an Typen. Genau, im Typen. Und die letzte Strophe macht es so besonders, weil es halt alles in einem selbst anfängt. Achso. Wo würdest du deine Geschichte anfangen lassen? Uh. Meine Geschichte zur Spiritualität fängt ganz woanders an als meine Lebensgeschichte letztendlich, weil es schon ein sehr langer Weg dahin war. Aber meine Geschichte würde ich schon beim kleinen Mädchen anfangen lassen, denn sie ist der Ursprung von allem. Und wenn man dort nicht anfängt, ist es schwierig, weiterzugehen, finde ich. Gibt es einen Tag in deinem Leben, wo du sagen würdest, dass die Kleine seiner in dir, dieses Mädchen, also anders gefragt, ich finde, es gibt so Momente in der Kindheit, wo dieses Licht in diesem kleinen Mädchen wie so abgedunkelt wird. Wo dieses innere Kind in uns, um sich zu schützen, die Entscheidung trifft, sich klein zu machen, ruhig zu sein, sich zurückzuziehen, nicht sein zu dürfen, wie sie ist. Gab es so einen Moment, wenn du so zurückblickst, wo du sehen kannst, es gab die Sina, die so Sina war. Und dann gab es den Moment, wo das wie so abgedunkelt wurde. Und dann gab es irgendwann den Moment, wo dieser Schleier wieder geliftet worden ist. Können wir diese drei Momente vielleicht einmal? Ja, den kann ich sogar sehr genau benennen. Inzwischen, weil oft merken wir gar nicht, wann dieser wirkliche Moment war, wo du angefangen hast. Und ich habe jahrelang das Licht dann immer und immer mehr gedimmt. Aber mir war jahrelang überhaupt nicht bewusst, wann der Start war. Und der war eigentlich relativ früh, leider Gottes. Ich bin mit siebeneinhalb aus dem Iran mit meiner Mama und meinem Bruder hierher. Also war schon so der erste Moment, plötzlich ganz fremd und anders zu sein. Ich hatte dunkle Haare, die waren noch dunkler als jetzt. Ich fiel auf. Und das war schon so, ich war auch in meiner Kindheit jemand, die immer ganz viele Freundinnen und alles hatte, aber niemand, der so rampenlicht, hier vorne bin ich. Sondern das Anderssein war eher, oh, ich bin anders, ich gehe einen Schritt zurück. Also das war schon so Stufe eins. Hat aber dann die erste und zweite Klasse eigentlich großartige Momente, weil ich eine ganz tolle Lehrerin hatte, die mich auch sehr bestärkt hat und eigentlich mir auch so ein bisschen vermittelt hat, deine Andersartigkeit ist deine Superkraft. Du bist besonders. Das war richtig schön. Wie hieß die Lehrerin? Frau Veitleder. Ich weiß heute noch den Namen. Die war großartig. Eine ganz viel Liebe zu ihr erst mal. Ja, wirklich ganz viel. Ich erwähnte sie auch im Buch, weil sie wirklich großartig war. Und ich glaube, dass mein Leben auch anders verlaufen wäre, wäre sie in der dritten und vierten Klasse auch meine Lehrerin gewesen. War sie leider nicht. Frau Koch kam. Den Namen erinnere ich mich auch noch sehr gut, leider aus anderen Gründen. Und Frau Koch war, man kann es eigentlich auch nicht schöner reden, sie hat Ausländerin gehasst. Das hat sie auch ganz offen zugegeben. Und sie hat mehrere Sachen gemacht, die in mir wiederum dieses, es ist toll, was Besonderes zu sein, als es ist was ganz Schlechtes, anders zu sein. Beispiel, dass ich im Religionsunterricht immer draußen auf dem Gang sitzen musste, weil da ich aus dem Iran kam, war für sie klar, ich bin Moslem. Bin ich überhaupt nicht. Aber ich wurde auch nie gefragt. Und ich wusste auch nicht, warum ich draußen sitzen muss. Und ich saß dann wirklich auf diesem Flur und ich beschreibe diese Szene auch im Buch, weil ich sie wirklich durch eine letztendlich Hypnose wieder zu diesem Moment zurückgefunden habe. Weil mir dieser Energieseher, bei dem ich war, hat mir eben so ein Bild aufgemalt von, es ist eiskalt, du sitzt auf dem Flur, all deine Freundinnen sind im Klassenzimmer und lachen. Und du hast das Gefühl, nur wenn ich besser als alle anderen bin, gehöre ich vielleicht wieder dazu. Und er hat mir das so gesagt und ich so, völliger Quatsch. Ich war immer Klassensprecherin, ich war schulsprechend, von was redet er? Ich kenne keinen Moment, wo ich aus... Ich hatte das wirklich verdrängt. Das sind letztendlich besonders schmerzhafte Erlebnisse, die du in ganz tiefe Truhen vergräbst. Und dann habe ich echt nach dieser Sitzung meine Mama angerufen und ich so, sag mal, erinnerst du dich an irgendeine Situation? Und sie erst auch so, hä? Und dann sagt sie so, doch warte, natürlich, ab der dritten Klasse. Und sie hat das gesagt, ich kriege immer noch, obwohl ich das echt schon verarbeitet habe, ich kriege immer noch Gänsehaut. Dann ist mir dieser Moment wieder eingefallen. Ich saß im Auto und bin dann gefahren und habe dann echt gemerkt, wie so eine Träne runterkullerte. Und das war letztendlich der Moment, wo das aufbrach, diese Truhe. Ich habe tagelang, weil ich mich an dieses Gefühl so erinnert habe. Und dann hat sie auch in der vierten Klasse nochmal das Licht runtergedämmt, indem sie gesagt hat, Ausländermädchen gehören nicht aufs Gymnasium. Also ich musste dann eine Aufnahmeprüfung machen, weil meine Mama, diese Entscheidung nicht akzeptieren wollte. Auch mit dem Wissen, nur drei Prozent schaffen das. Sie braucht es gar nicht versuchen. Und ich habe wirklich meinen ganzen Mut zusammengenommen, habe so gebüffelt und ich habe es geschafft. Ich war die drei Prozent. Aber das ist auch oft im Leben, dass ich es geschafft habe, dass ich aufs Gymnasium kam, dass ich Abitur gemacht habe, dass ich studiert habe, hat das alles letztendlich nicht revidieren können. Und ich war 39 Jahre alt, ich habe das nie vergessen, in einem Café in Berlin. Mein Mann ist ja auch, da macht er auch Hypnose. Hypnose-Termin hat für sein Online-Programm mit unserer Assistentin letztendlich so einen Fragenkatalog gerade in dem Café gemacht. Und das wollten sie an mir testen, so Versuchskaninchen im Café. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Und dann hat er halt die Fragen gestellt, weil bei ihm auch immer einer seiner Fragen war, warum stehst du nicht vorne? Du machst irgendwie ein Frauennetzwerk, du setzt dich für so viele Themen ein. Warum sieht man dich dabei nicht? Und ich meine, das braucht es ja nicht. Es geht ja nicht um mich. Ich will ja andere zum Leuchten bringen. Und dann hat er wieder mit diesem Thema angefangen, von dem ich echt auch genervt war, weil ich mir dachte, warum muss ich denn vorne stehen? Und er hat gefragt und gefragt und wurde lauter und dieses hypnotische Sprachmutter und sagte dann irgendwann mal ganz laut in diesem Café, warum willst du nicht vorne stehen? Warum leuchtest du nicht? Und ich habe wirklich aus dem tiefsten Inneren rausgebrüllt, weil Ausländermädchen nicht aufs Gymnasium gehören. Und wirklich das ganze Café hat mich angestarrt und ich auch so, ich so, was war das denn gerade? Also 39 Jahre lang habe ich dieses Gift in meinen Adern gehabt und habe mich deswegen immer zurückgenommen und nicht dieses Licht aufgedreht. Und das war wirklich ein ganz krasser Changing Point. Ich habe danach wirklich sehr, sehr viel verstanden, sehr viel letztendlich Glaubenssatz, Transformation gemacht und habe dann Stück für Stück und ich bin immer noch dabei, angefangen zu drehen und zu drehen und auch wirklich zurück in diese Szene gegangen und habe sogar Frau Koch sehr lange umarmt, weil ich mir dachte, du liebst dich nicht. Deswegen wolltest du mir vermitteln, dass ich mich nicht lieben darf, aber den Kampf gewinnst du nicht. Und das war schön, aber es ist ganz wichtig, was Sätze mit Menschen machen können. Ja und wie, was die für tiefe Gräben in einem selber dann schlagen, wo man selber alleine die Brücke gar nicht mehr gebaut bekommt, weil der Graben so groß ist, wo man sich auch gar nicht daran erinnern kann, dass es eine andere Seite gibt. Richtig. Ich sage immer, die bewussten Sachen sind ja einfach zu lösen. Es sind die Unbewussten. Und ich wusste nichts von diesem Satz. Ich wusste nicht, dass er noch in mir ist. Und du hast dann sozusagen immer die Sicherheit gewählt, im Hintergrund zu sein. Da kann ich nicht angegriffen werden. Da kannst du nicht angegriffen werden. Da ist es egal, dass ich anders bin. Und gleichzeitig hat es dich sozusagen in dieser Überzeugung halt bestätigt, nicht gut genug zu sein. Richtig. Das ist so krass, wie unser Unterbewusstsein uns am Arsch hat. Einfach dann im Sinne von... Absolut am Arsch hat, ja. Als du dir über diesen Glaubenssatz bewusst geworden bist, du warst 39, hast du gesagt? Was hat sich dadurch verändert? Ehrlicherweise alles. Ich habe verstanden. Und das ist, glaube ich, der für mich mit entscheidendste Step, Dinge zu verstehen. Wo kommen sie her? Weil wenn du weißt, wo etwas herkommt, kannst du dran arbeiten. Und ich habe ja vorher, hat mich ja immer dieser Satz oder auch immer diese Frage auch von ihm, das hat mich ja so getriggert, dass ich wütend wurde. Ich dachte mir immer so, jetzt lass mich halt in Ruhe mit diesem Scheiß. Ich war richtig wütend. Aber ich kannte halt den Ursprung nicht. Und als ich das begriffen habe, habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, gerade auch in der Arbeit, die ich mache. Denn wenn ich es nicht schaffe, meine Themen zu transformieren, wenn ich es nicht schaffe, selber nach vorne zu gehen und zu leuchten, ja, wie kann ich das von anderen erwarten? Und es hat in der Form war das, ich nenne das immer so, mit einer der wichtigsten Steps auf meiner Heilreise, die Erkenntnis. Und ich finde es auch so spannend, was du gerade sagst, weil ich glaube, das ist so wichtig, das zu verstehen, dass wenn jemand sowas zu einem sagt und man so getriggert wird, so eine Frage gestellt bekommt und es triggert einen so sehr. Und diese Wut, die dann kommt, die ist ja letztlich eigentlich nur das kleine, süße Bodyguard-Monster, was versucht, diesen Schmerz, das einfach sagt, don't go there, not safe, no, 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 no. Es ist so fast weggeschlossen, so don't even try to go there. Und die Wut ist ja so ein bisschen, die, die uns so energetisch wieder davon weglenken will, die unsere Aufmerksamkeit in was anderes lenkt, nämlich in die Wut, anstatt dahin gehen zu können und das zu sehen. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, wenn wir über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, diese Wut voll ernst zu nehmen und sie zu sehen und ihr dankbar zu sein, weil sie schützt dich ja nur in dem Moment und zu vertrauen, dass der Moment kommt, wenn das, was da drunter liegt, bereit ist, da sein zu können, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gibt bei mir auch so ein paar Erkenntnisse, die waren so schmerzhaft für mich, dass ich erst an einem wirklich bestimmten Punkt sein konnte, damit das überhaupt kommt, weil vorher hätte es mich zerbrochen wahrscheinlich. Ich hätte es nicht halten können, diesen Schmerz, der dahinter ist. Krass. Wie ist es jetzt, vorne zu stehen und zu leuchten? Steh auf und leuchte! Steh auf und leuchte! Ich liebe es und es ist so interessant, weil man dann auch merkt, wenn man irgendwie auch seiner Bestimmungen vielen folgt. Ich habe das für mich auch letztendlich transformiert, dieses vorne zu stehen, weil bei mir das auch letztendlich gespeichert war mit ganz viel Ego. Die Leute, die vorne stehen, brauchen diese Anerkennung, brauchen so diese Selbstbeweihräucherung. Oh, du bist cool. Aber da hat auch meine beste Freundin einen Satz zu mir gesagt und sie meinte, du hast so viel zu sagen, du hast so viel erlebt, du hast so viel letztendlich auch, to be honest, scheiße gefressen im Leben. Ich bin im Krieg geboren, schlimmer geht es nicht. Wenn du nicht vorne stehst und die Geschichten weitergibst und andere dabei unterstützt, ist es ein Privileg, was du für dich behältst, deine Erfahrungen weiterzugeben. Und das war so, ja okay, ich kann nach vorne stehen und das für was Sinnvolles nutzen. Das hat nichts mit Ego oder Anerkennung zu tun. Und Menschen, die mich kennen, lachen auch, weil früher war das wirklich so, wenn Sainer auf die Bühne musste, hat sie irgendeinen Shot getrunken und war wirklich so, ich habe es zwar immer, man hat es mir nicht angesehen, man hat mich immer für sehr selbstbewusst wahrgenommen, aber ich bin gestorben innerlich. Es war nur so, oh Gott. Und jetzt ist es aber so, Sainer, möchtest du auf die, hallo. Give me the mic. Und das ist für mich auch so witzig zu merken, wie gern ich auf dieser Bühne stehe und viel lieber auf der Bühne stehe beispielsweise als von der Kamera, weil ich brauche dieses Feedback der Menschen, ich brauche diesen Blickkontakt und ich liebe es, wenn du dann etwas gibst und die Menschen nicken oder wenn du halt danach dann irgendwie eine Nachricht kriegst, boah, das hat mein Leben verändert und du denkst dir so, ja, das ist so schön. Ich will auch noch etwas zu Wut sagen, weil du das vorhin angesprochen hast. Es ist auch, finde ich, so unfassbar wichtig, dass wir dieser Wut den Raum geben, den er braucht, weil das wird uns Frauen auch super oft gesagt, sei nicht wütend, sei jetzt leise, schrei nicht rum. Und ganz ehrlich, ich mache gerade auch nochmal so selber so ein Coaching meiner Freundin, wo ich einmal die Woche hingehe und wirklich brülle, weil da ist Wut in einem und die kann man nicht schönreden. Die ist auch berechtigt, sie ist wichtig, aber auch dieser Wut, den Raum zu geben, letztendlich rauszukommen, weil wenn sie nicht rauskommt, macht sie uns krank. Und ich habe mich krank gemacht, indem ich einfach Gift in mir gestaut habe. Aber es ist auch mal wichtig, so Raum zu geben und auch diesen Zwiebeleffekt, ja, manches braucht Zeit, bis es kommen darf, weil wenn bei mir jetzt alles geballt, mit 39 hat sich auch die Stärke entwickelt, um mit so einem Satz, der hochkam, umzugehen. Und mit Anfang 30 hätte, keine Ahnung, was ich dann getan hätte, wenn das hochkommt, vielleicht gar nicht mehr irgendwie versucht, mich zu heilen. Aber ganz wichtig, Wut Raum geben und abwarten, wann die Zeit da ist, um gewissen Dingen zu begegnen. Das war auch eines meiner größten Learnings in den letzten zwei Jahren, weil ich habe meine Wut immer unterdrückt, immer, weil es ist das Gleiche so. Es war gar, wie ich aufgewachsen bin, da war gar kein Raum, um überhaupt mit diesen Gefühlen da sein zu dürfen. Und es war für mich auch so ein krasser Prozess, meine Wut da sein zu lassen. Und gefühlt bin ich in den letzten zwei Jahren wie so durch so ein Wutfeuer gelaufen. Und du wirst so einem Phönix dann. Und du brauchst die Wut, weil die Wut brennt weg, was nicht mehr zu dir gehört. Und ich bin voll der Wut-Fan. Also so natürlich, don't hurt anyone with it. Nein, bitte nicht. Aber dieses so, wenn ich weiß, meine Wut kommt, ich bin so, oh, there's my teacher. So, da ist was, das ist ein ganz wichtiger Anteil, der mir gerade was sehr Wichtiges zu sagen hat. Und deswegen, ich bin auch so, Wut. Wut ist gut. Jedes Gefühl. Wut ist gut. Oh, das reimt sich ja noch mal. Wut ist gut. Ja, wirklich. Und gerade auch wir Frauen, ich glaube, für das, wo die Welt gerade steht und wo wir hingehen wollen, braucht es unsere Wut. Wut, wenn man sie auch konstruktiv nutzt. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil wir leben ja gerade auch in einer Phase, wo sehr viele Menschen wütend sind. Aber diese Wut leider in eine Destruktivität und in ein einfach, ich hasse alles und alle sind schuld. Wut kann man für sich nutzen und nur wenn ich mich transformiere, kann ich auch letztendlich im Außen. Und das finde ich auch wichtig, einfach zu sagen, Wut ist gut, wenn du sie nutzt und nicht einfach nur rumschimpfst. Ja, wenn du sie nutzt als eine Energie der Transformation. Genau. Und wenn sie eben nicht ist, was sich gegen jemand anderen richtet, sondern für mich ist Wut einfach diese Red Flag, etwas stimmt nicht. Aber wie du es gerade schön gesagt hast, ein Feuer, das wegbrennt. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Wut ist das Feuer, das wegbrennt, was nicht zu dir gehört. Richtig schön. Und das ist einfach, was ist, das ist so eine Energie, die so powerful ja ist und die nicht gedacht ist, um sie gegen jemand anderen zu richten, sondern sie ist gedacht, um für dich in die Klarheit zu kommen und sozusagen das wegzubrennen, was dich davon abhält, was nicht zu sehen bis jetzt, was eigentlich nicht in dein Feld gehört. Oder was nicht du bist. Richtig. Inwiefern hat sich das dann in den Jahren danach auch in deinem Leben weiter manifestiert, weil das ist ja dann so das, wo wir dann drin sind und denken, ich muss mich anschauen, ich muss hart arbeiten, ich muss noch das erreichen und das, damit ich irgendwann gesehen werde als Designer, die ich bin und einfach geliebt werde um meiner Willen und nicht, weil ich keine Ahnung was gemacht habe. Aber wie hat sich das vorher erstmal dann manifestiert in deinem Leben? Bis hin zur Selbstverstörung fast, weil ich so den Drang dann hatte, ich habe dann studiert, habe dann im letzten Semester, obwohl das eigentlich gar nicht so mein Lebenstraum war, aber habe mich dann selbstständig gemacht und daraus letztendlich für mich so ein höher, schneller, weiter, was so ungesund war. Also wir reden halt wirklich von einer Peak-Zeit, sieben GmbHs, wo ich geschäftsführende Gesellschafterin war, mit sechs Filialen auf drei Kontinenten verteilt, ohne Kredite, ohne Investoren, ohne irgendwas und immer so Power, Power, Power. Und viele haben mich dann immer gefragt, so, wie sieht es in deinem Privatleben aus? Und ich so, was für ein Leben? Privat? Also ich schaffe es nicht mal zu leben. Und das war immer dieses und jetzt rückblickend, Leben versteht man ja immer rückblickend, merke ich, dass das nur ein Versuch war zu zeigen, guck mal, was ich alles kann. Bitte klatscht und hab mich lieb, weil ich passe doch hierher. Und irgendwann mal, wenn du das natürlich Jahre über Jahre über Jahre machst, kommt ja, und das ist ja immer sehr, sehr schön im Leben, du kriegst ja erstmal so einen Klaps, wenn du nicht hinhörst, gibt es die erste Watschen, dann wirst du mal umgenietet. Und irgendwann mal kommt halt das Leben und sagt so, bam, und jetzt schaust du hin. Und er kam halt bei mir 2018, ich war körperlich am Ende. Also es war wirklich, mein vegetatives Nervensystem hat nicht mehr regulieren können. Der Arzt hat es mir erklärt und hat gesagt, du bist wie in so einem Hamsterrad, aus dem du nicht mehr rauskommst. Das heißt, deine Organe fahren nicht mehr runter. Ich war halt permanent, klar, durch den Stress, durch all das. Und es war für mich super schwierig in der Zeit, weil ich einfach außer Gefecht war. Ja, aber im Nachgang super wichtig, weil auch durch die Angstzustände, die sich dann entwickelt haben, musste ich ja hinsehen und hatte ich auch die Zeit hinzusehen, denn ich konnte mich kaum bewegen. Und das war dann der Schritt, wo ich dann, und das war so interessant, weil ich finde es auch so großartig, dass das Buch bei dir rausgekommen ist. Ich habe dann dein Buch auch gelesen, mir gehst du Glück. Und das war für mich so eine Zusammenfassung auch von vielen, was ich so immer gespürt habe oder gedacht habe. Und das war wirklich mit dann so ein Game Changer, wo ich gesagt habe, okay, wenn du jetzt was nicht an deinem Leben änderst, wirst du kein Leben mehr haben. Und es war dann wirklich Step by Step Firmen zu machen. Für was tue ich das? Was ist wirklich meine Mission? Was macht mir Freude? Weil viele haben ja dann auch immer so diese Sicht, je mehr Firmen du hast, desto mehr verdienst du, was totaler Blödsinn ist, weil am Ende des Tages hast du noch mehr Fixkosten. Und ich habe dann irgendwann mal Teams gehabt mit 40, 50 Leuten. Und ich bin niemand, der so das liebt, so dieses Unternehmertum. Also ich liebe es, Menschen zu motivieren. Ich liebe es, auszubilden. Ich liebe es, an der Uni irgendwie zu dozieren. Aber ich bin nicht so die Führungskraft, die jeden Morgen reinkommt um 8 Uhr und sagt, so was sind eure Aufgaben, bis hasse ich. Weil ich bin selber nicht so. Mal arbeite ich um 3 Uhr morgens, mal um 7. Auch zu merken, ey, das ist gar nicht das, was dir Spaß macht. Und ich habe es aber 16 Jahre gemacht, bis ich kapiert habe, dass es mir nicht Spaß macht. Und das war wichtig. Aber ja, es hat mich in so einen Strudel der verzweifelten Suche nach ich gehöre dazu, würde ich es nennen. Krass. Wie ist dein Leben heute? Anders. Schöner. Nimm mich mal in dein Innen mit. Wenn du morgens aufwachst, was sind deine ersten Gedanken? Womit verbindest du dich? Wie fühlst du dich? Das Erste, was ich in der Tat aufmache, aufwache, mache, ist, ich habe so eine Meditation von Veit, die ich seit 5 Jahren immer so oft gehört habe, dass ich sie nicht mehr hören muss, weil sie sich automatisch in meinem Kopf abspielt. Das ist die Selbstliebe-Morgen-Meditation, die läuft dann in meinem Kopf erst ab und so starte ich den Tag. Und meine Tage sehen insofern anders aus, dass ich natürlich schon einen Plan habe, was ich tue, aber auch immer versuche, Momente für mich, Raum für mich zu schaffen. Und abends mit dem Gefühl, ins Bett gehen möchte, ich habe viele schöne Momente gesammelt. Und das kann von einer kleinen Blume, die ich auf einer Wiese gesehen habe, bis hin zu einem coolen Auftrag, bis hin zu einer Begegnung mit einem Menschen alles sein. Aber ich versuche wirklich, meine Tage so zu gestalten, dass das Leben letztendlich ein Geschenk ist und ich gucke, wie viel dieser Wunder und Geschenke ich am Abend in meiner Tüte habe. Das ist so ein bisschen ganz anders von der Zielsetzung wie früher, höher, schneller, weiter. Ich muss nicht höher, ich muss nicht schneller, ich muss nicht weiter, ich kann auch gerne mal stehen bleiben und einfach den Augenblick genießen. Megaschön. Wenn du heute mit der kleinen Saina sprechen könntest, die da auf dem kalten Boden im Schulflur saß und draußen baden musste, was würdest du ihr heute sagen? Dass sie an sich glauben soll und dass die Andersartigkeit, wenn man sie überhaupt so nennen kann, letztendlich ein großes Glück und ein Segen ist. Denn dadurch, dass ich letztendlich eine andere Kultur auch in mir habe, kann ich aus zwei Kulturen schöpfen. Kann ich bei vielen wählen, so sehr ich auch meine, die deutsche Seite liebe mit pünktlich und akkurat und zielstrebig, liebe ich aber die iranische Empathie, die ich definitiv durch meine andere Kultur habe, das für Menschen da sein, dieses Herzliche, Offene. Und ich verbinde letztendlich viel und ich habe für mich einfach transformiert, ich muss nicht zugehörig zu einem Land oder zu einer Kultur sein. Ich muss zu mir gehören und Heimat ist in meinem Herzen. Und das würde ich ihr gerne sagen, dass sie nicht im Außen nach Zugehörigkeit suchen muss, sondern einfach im Innen. Megaschön. Es gibt jetzt bestimmt gerade viele Frauen, die zuhören und die vielleicht auch, selbst wenn sie keinen Migrationshintergrund haben, aber trotzdem, weil zum Beispiel ich habe keinen Migrationshintergrund, aber ich habe genau das Gleiche erlebt in der Grundschule. Nicht, dass ich aus dem Religionsunterricht ausgeschlossen worden bin, aber ich erinnere mich auch an Momente, wo ich draußen vorm Klassenzimmer auf diesem Boden saß. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum, aber dieses Gefühl, nicht dazuzugehören und dieses, ich hatte auch eine Lehrerin, ich bin Linkshänderin und schreiben ist mir super schwer gefallen bis heute. Und ich habe immer mit dem Füller, ich bin immer mit der Hand über die Schrift und es hat sich halt alles immer verwischt. Und ich war unter so einem Stress in der Schule und ich habe immer alles einfach nur rot so zurückbekommen. Oh nein. Und ich habe das Gleiche dann entwickelt, ich muss mich so krass anstrengen, um das Mindestmaß zu erfüllen sozusagen und gar nicht gesehen zu werden, für wer ich, was wer ich bin. Genauso wenig, wie du gesehen worden bist, für das Mädchen, diese Seele, die da ist, die so erfüllt ist ja eigentlich mit so viel. Was würdest du sagen für Frauen, die gerade zuhören und die merken, ja, ich habe auch voll die Botschaft, die ich teilen möchte. Ich habe sowas, was mich bewegt. Ich habe meine Geschichte, die ich teilen möchte. Aber ich glaube, jeder hat ja eine Geschichte. Jeder hat was, was wir teilen können, woran wir wachsen können. Die aber so ist wie du vorher. Ich traue mich nicht, auf die Bühne zu gehen oder nicht. Ich mache allen anderen immer erst mal. Und da ganz kurz noch ein Gedanken, den ich nämlich super spannend fand, der bei mir gekommen ist. Weil ich glaube, viele denken, das sind egoistische Leute, die sich auf die Bühne stellen. Es ist ja viel egoistischer, sich nicht auf die Bühne zu stellen. So sehe ich das inzwischen auch. Das ist ja eigentlich das Ego, das dich trennt, das sagt, nee, zeig dich nicht. Weil das Ego ist ja die Angst in uns, die Angst, verletzt zu werden, die Angst, nicht zu reichen. Das ist ja unser Ego. Das heißt, das Ego hält dich von der Bühne weg. Es ist nicht das Ego, was dich auf die Bühne bringt. Natürlich muss man da immer noch mal checken, was ist meine Intention eigentlich, warum tue ich. Es gibt bestimmt Menschen, die suchen die Bühne, weil sie es brauchen. Aber das ist nochmal, ich glaube, das ist so ein wichtiger Switch für sich zu sagen, warum gehe ich eigentlich auf die Bühne? Weil für mich ist es jedes Mal auch so, okay, okay, go. Mach einfach schnell. Wenn du erstmal draufstehst, ist alles okay. Da kann man das Ego ja auch immer gut austricksen. Das stimmt, ist gleich vorbei, ist gleich vorbei. Was würdest du Frauen sagen, die gerne aufstehen wollen und leuchten wollen, aber gerade noch gar nicht so richtig wissen? Wie? Im ersten Step tu es, auch im Kleinen. Ich merke bei so vielen Themen, wenn man ehrlich ist und auch mit Freunden, das muss nicht mal im großen Kreis sein, aber es gibt Themen, wo Frauen sich einfach nicht trauen und das ist beispielsweise für mich auch ein Kind zu verlieren. Das ist so ein Thema, da reden die wenigsten Frauen drüber und wenn eine dann anfängt, oh bei mir auch, oh bei mir auch und ich habe das wirklich so erfahren auch in meinem Freundeskreis, wo enge Freundinnen mir einfach Dinge, die ihnen widerfahren sind, letztendlich nicht sagen, weil sie denken, das ist schlimm oder ich bin schuld oder keine Ahnung. Also transparent einfach über Themen sprechen, nicht wertend, nicht urteilen, da nehmen wir uns sehr, sehr oft zurück, weil wir einfach Angst haben, was andere über uns denken könnten, egal was es ist. Und das ist echt so ein Frauenphänomen, also das merke ich, da ist bei Männern, entweder juckt sie gar nicht oder sie erzählen es einfach. Aber wir Frauen denken super oft noch, kann ich das so sagen und kann ich dazu stehen und kann ich, also im Kleinen einfach anfangen, wirklich über Emotionen zu sprechen. Das verletzt mich weit oder das habe ich erlebt und wenn man dann im Kleinen anfängt und das kann ich garantieren, viele sagen werden, oh das kenne ich, wie gerade meine Geschichte und ich sage auch immer, du musst nicht im Krieg aufgewachsen sein, du musst nicht Migrationshintergrund haben, aber in deinem Leben wird es eine Frau Koch gegeben haben oder einen Herrn Koch. In anderer Form, das kann auch nur ein Blick mal gewesen sein, teile diese Geschichten, weil in der Sekunde, wo wir merken, wir sind mit einem Thema nicht alleine, gibt es so viel Kraft. Es gibt wirklich Kraft zu merken, oh, ist nicht nur mir so gegangen. Deswegen wäre für mich der erste Step wirklich im Kleinen anfangen und dann Schritt für Schritt, aber wichtig anzufangen. Machen es wie wollen, nur krasser. Ich liebe diesen Spruch. Und für mich war es auch nicht so, dass ich von Tag eins, als ich diese Erkenntnis hatte, dann mir eine Bühne mit 5000 Menschen gesucht habe und so hier Mikro, es fing im Kleinen an. Für mich war beispielsweise der erste wirklich so größere Bühnenauftritt in München vor 500 Leuten, weil ich so einen Preis übergebegebe. Und du kannst ja nicht sagen, ich nehme den Preis nicht an, weil ich habe mich ja sehr über den Preis gefreut. Aber da war der Bürgermeister und irgendwie ganz viele Leute. Und ich weiß noch, wie ich wirklich so zittrig auf die Bühne gegangen bin und auch eine ganz andere Rede gehalten habe als die anderen. Sondern es gab fünf Gewinner, davon war nur ich als Frau, der Rest waren Männer. Und ich habe erst so eine feministische, warum nur eine Frau hier gewinnt. Aber ich bin dann runter und dann kam ein älterer Mann und habe auch über Migration tatsächlich gesprochen. Ein 84-jähriger Mann, der geweint hat und mich umarmt hat und ein Foto mit mir wollte. Und er meinte, er fühlt sich zum ersten Mal in seinem Leben verstanden. Und das war so ein Gänsehaut-Moment für mich, wie ich dachte, es ist so wichtig, über Gefühle zu sprechen, weil ich habe diesem Mann letztendlich das Gefühl gegeben, verstanden zu werden. Und das können wir mit unseren Geschichten. Also mein Rat wäre, teilt eure Geschichten, macht das. Im Kleinen, im Großen, das nicht zu verlieren. Was soll denn passieren? Dass Leute es vielleicht blöd finden, na und? Ist doch egal. Also das ist so die Angst, die wir oft haben. Dieses, leg ab, was andere über mich denken. Die sollen erst mal über sich selbst nachdenken, dann können sie über mich nachdenken. Das ist so ein bisschen jetzt meine Devise. Du hast ja ein Frauennetzwerk, SheSiety. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das entstanden ist, was deine Intention dafür ist? Vielleicht auch, wie man Teil davon sein kann? Wie du glaubst, wie wir Frauen einander vielleicht auch noch besser supporten können? Also nimm uns da gerne einmal mit. Oh, da gibt es viele Wege, wie wir uns supporten können. Das Netzwerk ist eines dieser Unternehmen gewesen. Einer der Durr. In meinem Wahn von, ich muss noch in der Firma gründen. Gut, aber man muss auch dazu sagen, die Firmen waren selten wirklich mit so einer krassen Strategie. Ich habe immer, wenn ich irgendwo ein Need gesehen habe, dachte ich, ach komm, dann mache ich es selber. Ich bin halt so, inzwischen denke ich doch nochmal drei Schritte nach, braucht es das wirklich gerade? Oder schaffst du das? Aber das Frauennetzwerk war wirklich aus dem Need. Ich habe mit 27 gegründet, dass ich gemerkt habe, es gibt keine Frauennetzwerke. Heute ist es anders, Stand 2024. Aber wir reden hier von 2011, 12, 13. Es gab keine Frauennetzwerke. Und ich bin auch nicht da angetreten mit eben einem Businessplan. Und das sind meine Visionen in fünf Jahren. Sondern ich dachte mir, hä, warum gibt es das für Frauen nicht? Männer haben ihre Clubs, gehen dahin, supporten sich, ziehen sich nach oben. Warum tun wir Frauen A, das nicht? Und B, ist es mir super oft in meinem beruflichen Umfeld passiert, als ich, sage ich mal, gerade gegründet hatte und noch Baby und süß war, hast du schon Hilfe von Frauen bekommen. Aber je weiter die Schritte nach oben gingen, kamen irgendwie plötzlich so Ellbogen. Und ich dachte so, hä, warum? Also wirklich Stellen, wo ich beispielsweise als Praktikantin war. Und dann hatte ich meine Agentur und sie war die Marketingchefin. Und sie hat mir den Auftrag nicht gegeben mit dem Satz so, ja, nee, jetzt ist die ja irgendwie weiter als ich. Und du sitzt da und denkst dir so, äh, habe ich da irgendwas verpasst? Ich hätte mich zum Beispiel total gefreut. Und dann haben wir halt angefangen, einfach erstmal nur Veranstaltungen zu machen und Frauen letztendlich einen Rahmen zu geben, eine Bühne zu geben, sich zu connecten. Das war so Step One. In den, und jetzt sind wir schon bald im zwölften Jahr, in den Jahren haben wir aber dann festgestellt, okay, und das war für mich super spannend zu sehen, warum gibt es die Frauen, die sich connecten und sagen so, klar, ich supporte dich und warum tun es die anderen nicht? Und dann habe ich mir wirklich auch Unis zur Hilfe genommen. Wir haben angefangen, wirklich Studien zu machen, weil zugegebenermaßen nicht zwischendrin auch eine Wut gegen unser eigenes Geschlecht entwickelt haben. Und wir dachten so, warum sind wir so? Warum ist es nicht vollkommen selbstverständlich, dass ich eine Frau helfe, beruflich nach oben zu kommen? Oder auch privat. Privat funktioniert es noch ein bisschen besser, aber beruflich hört es wirklich ab so einer Stufe auf. Und letztendlich, ja, weil wir in vielem einfach im Mangel sind, weil wir einfach so geprägt sind, jahrhundertelang ohne Mann nichts wert zu sein. Und wenn ich ohne Mann nichts wert bin, was bist du dann für mich? Konkurrenz. Also du könntest mir ja meinen Mann wegnehmen und ohne Mann bin ich nichts wert. Und auch wenn das de facto heute in unserer Gesellschaft hier, leider Gottes können wir nicht das auf alle Länder der Welt aktuell immer noch übertragen, ist es, am Ende bin ich im Mangel und in der Angst und aus Angst kann ich niemandem letztendlich auf Augenhöhe begegnen. Und daraus haben wir dann letztendlich entwickelt, okay, was für Wege können wir finden, um Frauen zu zeigen, komm aus diesem Mangel raus. Du schaffst alles, was du willst, alleine. Zumindest hier in Deutschland, im Iran oder in Afghanistan gibt es da noch andere Hürden. Aber wie können wir den Frauen hier vermitteln, du bist gut, wie du bist, du bist großartig, du musst nicht auf andere neidisch gucken, du musst nicht in Konkurrenz gehen. Und so haben wir letztendlich Programme entwickelt und fangen jetzt eigentlich an, einen Businessplan dahinter zu machen, um das Ganze, also einmal das Pferd von hinten aufgesagt, und entwickeln uns komplett aus der Community heraus. Wir haben beispielsweise immer nur die Workshops, die Chic Academy, wo man Online-Kurse anschauen kann, und halt unsere Workshops. Und jetzt kamen wirklich die letzten zwei Jahre, ja, wie kann ich mitmachen? Wir so, ja, komm auf die Events oder geh auf einen Workshop. Nee, ich will Teil davon sein. Und jetzt werden wir wirklich ab März auch so eine Mitgliedschaft haben, pro Jahr. Und mir ist es bei Shisaiti unfassbar wichtig, dass es sich jede Frau leisten kann. Also wir sind wirklich von 18 bis 75 haben wir alles. Von der Krankenschwester, über die Vorständin, über wirklich jede Frau ist da willkommen. Und wir halten alles günstig, damit es sich jede Frau leisten kann. Und das ist mir ganz wichtig. Also auch unsere letztendlich Seminare und auch unsere Summits, die wir machen, fangen irgendwie ab 39 Euro teils an, wo alle sagen so, hä, andere nehmen dafür 300. Und wir so, ja, aber ich will diesen Zusammenhalt der Frauen fördern. Das ist für mich kein Case, mit dem ich irgendwie reich werden will. Ich will das größte Netzwerk werden, das schon, aber auch nicht aus dem Ego. Nur wenn wir halt irgendwann mal eine Million, zwei Millionen, drei Millionen weltweit sind, haben wir eine Stimme, die gehört wird. Und das ist mir wichtig. Mega. Richtig schön. Was bedeutet für dich zu manifestieren? Und wie manifestierst du? Manifestieren ist A und O. Aber ich finde, ein Step, der manchmal vergessen wird, ist auch aufzustehen. Deswegen auch mein Titel ganz bewusst gewählt, Steh auf, ein Appell, es zu tun. Ich manifestiere, indem ich mir Dinge letztendlich, und ich gehe immer nicht in das, also viele manifestieren ja so ein Ziel. Das ist auch so eins der Grunddinger. Ich will reich sein. Da höre ich bei so vielen Menschen. Ich denke mir so, was bedeutet denn reich sein? Was bedeutet reich sein? Das ist die Lösung der Probleme. Nein, für mich ist beispielsweise die allerwichtigste Manifestation, vor allem Gesundheit. Weil weder die Liebe noch Glück noch Geld bringt dir was, wenn du krank bist. Und das habe ich schmerzlich gelernt, deswegen ist es mir ganz wichtig. Aber ansonsten gehe ich bei der Manifestation immer eher in das Gefühl, was ich haben möchte. Also ich manifestiere nicht ein großes Haus, ich manifestiere mich, wie ich durch Räume laufe und wie ich mich dabei fühle. Dass ich einen Garten, dass ich Hunde habe, dass ich einen Raum habe, wo ich malen und schreiben kann. Das ist eher so, wie ich daran gehe. Und dann aber die Augen und Ohren offen halte, wie ich auch dahin komme. Weil wenn ich das manifestiere und zu Hause sitze und mich nicht mehr bewege, it's not going to happen. Du musst schon losgehen für deine Träume. Und das ist so ein bisschen ein Change zu dem, wie ich früher manifestiert habe. Aber da war es halt, ja, ein Ziel. Und jetzt sage ich immer, das Ergebnis. Ich manifestiere eher das Ergebnis. Also das Gefühl, die Emotionen, die ich haben will. Und so konkret wie möglich. Also eben nicht eben, ich will reich sein und ich will glücklich sein. Was bedeutet das? Oder viele auch, ich habe auch eine Freundin, die ist in einer ganz schlimmen Beziehung, also die geendet hat und dann sagt sie so, und als nächstes Mann will ich einen reichen Mann. Und ich so, warum? Natürlich, sie hat ein schwieriges Leben gehabt, aber wenn ich sage so, manifestiere doch, dass du reich bist, weil sonst bist du doch wieder in der Abhängigkeit. Wenn er geht, was bist du dann? Und was bedeutet ein reicher Mann? Also geh doch, was du möchtest. Du möchtest reisen. Okay, dann manifestiere, du möchtest die Welt sehen mit einem Partner auf Augenhöhe. Also immer so ein bisschen pass auf, was du dir wünschst, weil es kann einfach nicht sein, in die Leere laufen. Dein Buch ist ja auch eine Manifestation. Ja. Wie fühlt sich das jetzt für dich an, dass das aus dem Feinstofflichen, dem Geistigen, der Idee plötzlich da ist? Ist doch irgendwie immer crazy, oder? Ja, es ist schau, brrgggg. Ich finde gerade bei Büchern, ich finde es so krass, dieses, irgendwann ist der erste Gedanke da und dann fängt man an zu schreiben und irgendwann ist das Buch da. Das ist krass. Das ist ein unfassbar schöner Prozess, aber auch alles, was so da mit verbunden ist. Also zum einen natürlich die Manifestation. Ich meine, es steht ja auch wirklich so im Buch drin, dass auch dein Buch einfach für mich der Beginn war und dann ich halt zu deinem Verlag, und es gibt ja keine Zufälle, aber ich habe ja dann letztendlich deinen Verlag in München kennengelernt auf einer Lesung von einer Freundin, aber auch die Menschen, die auch da drin vorkommen, auch die, die die Rezension, also es ist für mich so ein absolutes, guck mal, du hast verstanden, das ist, was dir das Leben gibt, wenn du verstehst. Das ist für mich so ein absolutes Geschenk und jedes Mal, wenn ich es anschaue, denke ich mir so, oh mein Gott und freue mich und das ist so, du bist auf dem richtigen Weg und das ist sehr, sehr schön. Also für seine Träume einzustehen, nicht aufzugeben und sie dann in Händen zu halten, ist ein wunderschönes Gefühl. Gab es bei dir mal dieses, oder anders, oft hängen wir ja in so einem Entweder-Oder, Entweder bin ich beruflich erfolgreich oder in einer erfüllten Beziehung, Entweder bin ich ein guter Mensch oder finanziell erfolgreich, Entweder kann ich Familie haben oder Business, also gerade wir Frauen haben ja so einen krassen Entweder-Oder-Struggle eigentlich unser Leben lang. Und ich glaube, einer der größten Geschenke, die wir machen können, ist in einen sowohl als auch zu transzendieren. Nicht, dass immer alles gleichzeitig da ist, aber sich zu überlegen, wie kann ein Sowohl-als-Auch entstehen. Gibt es bei dir so ein Vorher-Nachher? Hattest du mal dieses Entweder-Oder und wie lebst du heute Sowohl-als-Auch? Ja, ein Entweder-Oder hatte ich, weil die Pandemie war ja bei mir letztendlich beruflich so, dass jemand einen Stecker rausgezogen hat, weil das, womit ich ja mein Geld verdiene, ist Events und Marketing. Verboten. Und dann war wirklich so zwei Jahre der vollkommenen Ruhe. Ich musste mich dann irgendwann mal auch von allen Mitarbeitern trennen, weil wir sie einfach nicht mehr tragen konnten und sie auch nicht mehr in der Kurzarbeit sein wollten. Und dann war aus diesem Gefühl, 365 Tage, 24 Stunden, plötzlich Leere. Und am Anfang habe ich mich total schwer damit getan. Und irgendwann habe ich angefangen, das so sehr zu lieben. Ich hatte plötzlich Zeit in die Natur zu. Ich habe das Wandern für mich entdeckt. Oh Gott, ich war früher nie wandern und jetzt liebe ich wandern. Und da gab es dann, als alles wieder so hochgefahren ist, dieses Entweder-Oder. Und ich habe mich so schwer getan, wieder zurückzufinden, weil es war für mich so, okay, ich hatte Hardcore-Business und jetzt hatte ich Hardcore-Freizeit. Ich glaube nicht, dass es zusammen geht. Und dann war so, für was entscheide ich mich? Und ich habe die Freizeit so geliebt und nicht so, ich werde nie wieder zurück in meinen Beruf können. Und da habe ich jetzt für mich, oder bin ich immer noch dabei, ehrlicherweise, irgendwie einen gesunden Weg zu finden, zwischen, ich kann beruflich erfolgreich sein, mir geht es nicht darum, jetzt Karriere zu machen, aber auch letztendlich auch mein Frauennetzwerk. Je mehr Society wächst, desto mehr Leute brauche ich. Und da habe ich mich zum Beispiel am Anfang auch total gestorben, ich will nicht wieder so große Teams haben, ich will das nicht. Wenn ich dann so Unternehmer anschaue, die so, ja, dieses Jahr stellen wir nochmal welche ein, wir sind bei 110, ist bei mir so, ich will weg. Aber dass es eben schon geht, dass du einfach die richtigen Leute finden musst. Und ich habe jetzt beispielsweise bei Society ein Team, die arbeiten nicht, die leben das, die lieben das. Und das ist wirklich so, dass ich mal Sonntag sage, Leute, wirklich, ich brauche fünf Minuten mal Abstand von euch. Oder ich hatte einen Tag frei, dann klingeln sie, ja, wir dachten, wenn du eh kochst, arbeiten wir hier. Und dann waren sie ja bei mir zu Hause. Ich so, aber es ist auf der anderen Seite auch wieder schön, und dass es auf jeden Fall geht, das ist immer deine Einstellung zu den Dingen. Und ich glaube, wir setzen uns selber so unter Druck immer bei diesem Entweder oder, nee, nimm alles, zeitgleich, geht. Ja. Was ist deine Definition von Spiritualität? Und wann war der Moment, wo Spiritualität wieder in dein Leben zurückkommen konnte? Der, mit der tiefste Moment tatsächlich, weil wir fangen ja dann immer an zu glauben, bin traurigerweise. Inzwischen habe ich das aber für mich als Bestandteil, gerade wenn es mir gut geht, bin ich noch dankbarer und versuche das eben nicht wieder zu vergessen. Spiritualität ist für mich letztendlich da sein in dem Moment. Zu verstehen, dass wir alle letztendlich Lichter sind, die auf die Welt kommen, um Erfahrungen zu sammeln. Dass alles, was mir im Außen begegnet, letztendlich für mich eine Erfahrung ist, die ich machen darf, die Guten wie auch die Schlechten, und dass ich das dann auch wieder ablegen darf. Ich muss nicht verhaftet bleiben in Situationen und Emotionen. Ich darf sie transformieren. Ich darf Dinge, selbst so etwas Schlimmes, wie mit Frau Koch, versuche ich trotzdem, das Positive zu sehen. Naja, klar habe ich mich auch gegeiselt und habe diese ganzen Firmen gemacht, aber auf der anderen Seite bringen mir jetzt die Kontakte wahnsinnig viel. Kann ich jetzt mit meinem Buch beispielsweise auf Tour gehen, weil ich super viele Partner habe, die sagen, cool, Designer kennen wir mit, da machen wir es. Also immer das Positive zu sehen und allem voran, dem Leben zu vertrauen. Das ist für mich so ein Meilenstein gewesen, die Angst loszulassen. Und das ist so mein absoluter Lieblingsspruch, was immer geschieht, geschieht zu meinem Besten. Ich vertraue und lasse los. Das ist so mein Mantra, was ich bei allem sage. Und das ist für mich letztendlich Spiritualität, das Bewusstsein, alles ist eine Erfahrung, immer im Vertrauen zu bleiben und dankbar zu sein. Wofür bist du heute dankbar? Einfach, dass ich auch mit dir jetzt hier sitze und spreche und einfach Gedanken austausche und dass ich mich mit diesen Menschen auch befassen kann, die für mich einfach Meilensteine waren und dass ich jetzt ein Teil davon sein darf und mein Buch rausgebe in die Welt. Es gibt so viel, wofür ich dankbar gerade bin. Ich kann morgens bis abends einfach nur den ganzen Tag in Dankbarkeitsarbeit verbringen. Zwischendrin muss ich noch ein bisschen was anderes tun, aber einfach dankbar da zu sein, wo ich jetzt bin. Wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen, was glaubst du ist anders? Oder was hast du manifestiert? Was wäre die gesündeste, erfüllteste Signer, die in zehn Jahren vor mir sitzen sind? Die wirklich einen Weg gefunden hat zwischen die kreative Signer, die schreibt, malt, ihre Ruhe braucht, ganz viel Natur braucht, aber auch die Unternehmerin Signer, die letztendlich die Ziele verwirklicht hat. Und wir waren ja beide in Basel bei Uniti und das war für mich, ich stand dann dort und dachte mir, das ist meine Vision, dass wir irgendwann mal Hallen mit 15, 20, 30, 40.000 Frauen füllen, die alle Bock haben, einander zu unterstützen und die verstehen, dass jede Einzelne mit ihrem Leuchten die andere anstecken kann und alle leuchten in diesem Raum. Das wäre so mein absoluter Traum, dass das letztendlich Wahrheit wird, dass wir Frauen verstehen, miteinander sind wir unschlagbar. Was ist dein wichtigstes Business Learning gewesen? Auf mein Bauchgefühl zu hören. Boom, yes baby. Auf mein Bauchgefühl zu hören und in meiner Weiblichkeit zu bleiben, weil gerade im Business, wenn du als Frau letztendlich Karriere machst, hast du irgendwann mal, und das wird bei jeder der Fall sein, so das Gefühl, ja die Männer machen das ja so und so, ich gucke mir das ab. Und ich habe bei mir echt auch die Phase gehabt, wo ich dachte, ich muss so streng sein wie ein Mann und ich muss, und du kriegst es ja auch von außen gesagt, du musst viel streng sein, du musst das sein, du musst jenes sein. Und ich habe für mich gemerkt, wie immer mehr und mehr die Weiblichkeit in mir und diese Empathie, die uns Frauen ja so stark macht, verloren gegangen ist. Und die Erkenntnis war wirklich auf Bali, da habe ich so einen Yoga-Retreat gemacht und er meinte dann wirklich nach dem ersten Tag so, oh, we have to work on that. Und ich so, hä, ich bin die weiblichste Person ever, was redest du da? Und dann hat er mich echt so eine Übung machen lassen und ich fiel wie so ein nasser Sack. Er so, there you go. Und es war für mich dann so, okay, und ich kam wirklich aus Bali zurück und jeder Mensch hat mich angesprochen, meinte, dein Gesicht ist so weich geworden, was hast du gemacht? Und da habe ich für mich auch so verstanden, hör auf dein Bauchgefühl, weil diese Intuition, die jede Frau in sich trägt, ist Gold wert. Und du musst nicht wie ein Mann agieren. Das ist toll, dass du eben nicht so bist. Ich meine, guck, wo sie uns hingebracht hat mit ihrem männlichen Ego. Und das ist so, Vertrau darauf. Es ist gut. Und selbst, wenn es mal schief läuft, du wirst dich lächelnd im Spiegel anschauen können, wenn du trotzdem auf dein Bauchgefühl gehört hast. Das kann ich zu wirklich einer Million Prozent unterschreiben. Auch schon Erfahrung gemacht, nicht darauf gehört zu haben? Ja, aber tatsächlich, aus irgendeinem Grund konnte ich in meinem Business immer schon besser auf mein Bauchgefühl hören, als zum Beispiel im Privatleben. Okay, spannend. Also ich habe mehr, eine Million mehr Red Flags in meinem Privatleben ignoriert, obwohl mein Bauchgefühl wirklich war so, Laura, it's like dark red. Das ist aber voll die schöne Farbe. Echt, wo? Don't see it. Und in meinem Business war es tatsächlich interessanterweise von Anfang an, dass ich, ich würde wirklich sagen, zu 95 Prozent intuitiv Entscheidungen getroffen habe. Sehr gut. Und ich glaube, es ist auch der Grund, warum ich heute da bin, wo ich bin, weil ich das immer gemacht habe. Sehr gut. Und ich da so, also ich wirklich da meine Intuition so klar fühle. und auch alle, mit denen ich arbeite, sind immer, also schönerweise vertrauen sie mir mittlerweile, wenn ich was entscheide, obwohl es aus Business Gründen wahrscheinlich gerade jetzt so die dümmste Entscheidung wäre, die man treffen kann. Ja. Und ich aber einfach sage, es gibt für mich aber keine andere Variante. Also es ist so, that's the way oder no way. Aber, und ich auch schon echt krass, also so ein paar, auch in den letzten Jahren gab es so ein paar richtig fette, große Entscheidungen, wo jeder im Außenseite sagt, macht es unbedingt, macht es. Und in mir war ein Nein und ich konnte nicht sagen, warum. Aber es war einfach ein Nein. Und das ist vielleicht auch so das Wichtigste, wenn wir über Intuition reden. Also meine Intuition sagt mir nie warum. Ich auch selten, ja. Die sagt immer nur Ja oder Nein. Und daher weiß ich immer, es ist die Intuition. Weil der Verstand sagt dir immer sofort, ja mach das, weil da, 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 da. Und dann da, 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 da. Und dann da, 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 da. Oder mach es nicht, weil da, 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 da. Und die Intuition ist einfach. Nö. Und man denkt sich so, aber warum? Nee. So tell me why. Und ja, und das ist so, also deswegen, ich kann das so unterschreiben. Mittlerweile bin ich auch richtig gut, in meinem Privatleben drauf zu hören. Also auch das habe ich geschifftet. Und ich glaube, das ist unsere Female Superpower. Voll. Und bei mir ist es, ich merke dann auch immer, dass es aus der Intuition, äh, Intuition raus entschieden ist. Wenn egal welches Argument von außen kommt, ist mir völlig egal. Das war zum Beispiel anfangs, weil wir hießen ja früher anders mit dem Netzwerk. Und irgendwann habe ich auch ganz viele Agenturen und Menschen gefragt, so wie soll das neu heißen? Und dann kam bei mir so, okay, warum hieß es damals Businesswoman Society? Also ich so, Society war das, was ich verändern wollte. Und dann war SheSighty. Und davor waren es ein paar andere Namen und dann habe ich immer so, ich so, ja, nee, hast recht, nee, das klingt blöd. Und dass ich aber SheSighty hatte, kam auch von außen und ich war so, ist mir egal. Und da bin ich dann auch so, nee, ist mir egal. Oder auch seit Tag eins dieses Netzwerkes, jeder, der mal kommt, von außen sagt so, du musst spitze in der Zielgruppe werden, ich kann es schon gar nicht mehr hören. Und ich denke mir, ich will nicht spitz werden, ich will jede Frau ansprechen. Und da weiß ich, da könnten auch die besten Argumente kommen oder jemand legt mir einen Scheck mit einer Million hin, ich will trotzdem nicht spitz werden. Und da weiß ich, Intuition, ich habe es aus dem Bauch heraus entschieden. Und bei den anderen Sachen bin ich dann doch noch so ein bisschen, ja, okay, vielleicht hast du recht. Ja, mega. Steh auf und leuchte. Erzähl mal kurz noch von der Tour. Oh. Ja, die Tour ist im März. Das mache ich mit dem Donner-Magazin zusammen. Und wir werden sein in Berlin, in Hamburg, in, ich glaube, Düsseldorf oder Köln, München und dann später vielleicht noch mal in Frankfurt. Und ich freue mich, weil wir wollen das auch so ein bisschen interaktiver machen. Also es wird nicht nur Lesung sein. Ich habe ja mit Manuel zusammen auch einen Song geschrieben, Steh auf und leuchte. Das heißt, wir werden auch immer den Song. Mein Wunsch wäre es einfach, dass jede Frau, die da hinkommt, einfach mit einem Leuchten rausgeht. Mega schön. Stell dir vor, du lebst noch ein ganz langes, erfülltes Leben. Irgendwann, wenn du ganz, 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 ganz alt bist und bereit bist, zu transzendieren wieder, in das Seelensein, würde ich zu dir kommen und würde sagen, Saina, hey, good job. Good job. Geiles Leben gelebt. Es wurde aber leider alles gelöscht. Oh nein. Schade. Buche weg, Bücher weg, Podcast weg, YouTube weg, Instagram weg, alles weg. Aber ich hätte ein weißes Blatt Papier für dich und einen Stift und würde zu dir sagen, wenn du nur drei Dinge aufschreiben könntest, nach denen du dir wünschen würdest, dass wir Menschen danach leben, was würdest du aufschreiben? Vertrauen, Liebe und Freude. Weil Freude ist unfassbar wichtig und es gibt so viel, wofür wir Freude letztendlich und das wäre für mich ein Kreislauf, weil wenn ich immer im Vertrauen bin, kann ich Freude und Liebe Raum geben. Das wären für mich die drei wichtigsten Tools, die ich letztendlich, die jeder braucht, finde ich, für ein glückliches Leben. Megaschön. Danke, Seiner. Danke für dein Sein. Danke dir. Danke, dass dieses kleine Mädchen nicht auf dem Boden da sitzen geblieben ist, sondern sich erhoben hat. Danke dafür. Danke, dass du uns alle inspirierst, wieder zu leuchten, aufzustehen. Danke, dass du das Buch geschrieben hast. Danke für alles, was du tust, auch für uns Frauen, dass wir zusammenfinden, dass wir uns unterstützen, weil nur so werden wir überhaupt irgendwas verändern können. Und ich bin so gespannt, was du noch in die Welt tragen wirst. Oh, ich auch. Ja. Und wünsche dir für das Buch so viel Liebe und dass es in ganz viele Hände ihren Sein Weg findet und viele Frauen inspirieren wird und Männer aufzustehen und zu leuchten. Dankeschön. Danke dir. Willkommen zurück aus dieser wunderschönen Folge, aus diesem ganz beseelenden Interview. Ich hoffe, du konntest ganz viel daraus mitnehmen, fühlst dich jetzt auch ein bisschen mehr vielleicht in dir angekommen, geerdet, glaubst ein bisschen mehr an deine Träume und hast vielleicht auch das Gefühl, für dich nochmal so ein bisschen reinzugehen und gegenzuchecken, warum tust du eigentlich, was du tust? Tust du es, weil du dir im Gegenzug Liebe erhoffst oder Wertschätzung erhoffst und baust dadurch immer mehr und immer mehr und immer mehr irgendwie auf, bis du selber vollkommen erschöpft bist? Oder tust du die Dinge wirklich aus deiner Seele heraus, aus dem Wunsch heraus? Ja, genau das zu tun, was du tust, weil ich glaube, das ist so wichtig, immer mal wieder aus unserem eigenen Autopiloten auszusteigen und zu schauen, welchen Film fahre ich eigentlich gerade? Mache ich das, was ich mache, weil ich es wirklich machen will? Oder bin ich hier gerade eigentlich von meinen Ängsten, von meinem inneren Mangel irgendwie ferngesteuert? Und das ist vielleicht ein ganz guter Moment, da nochmal reinzuchecken und ich würde mich unendlich freuen, wenn du Happy, Holy & Confident unterstützt. Du kannst meinen Kanal abonnieren bei YouTube, bei Spotify, bei iTunes, bei allen Podcasts, Streaming-Diensten. Das wäre wundervoll, wenn du da einmal auf Abonnieren oder Folgen klickst. Zum einen bekommst du dann immer sofort Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt und zum anderen sehen dadurch auch andere Menschen dem Podcast, was wundervoll ist, denn umso mehr Menschen dem Podcast folgen, desto mehr Menschen kriegen ihn auch irgendwo angezeigt. Deswegen danke, danke, danke dafür, deinen Support. Schau auch so gerne bei YouTube, nein Quatsch, bei YouTube natürlich auch gerne, kannst du mir in die Kommentare schreiben, was war für dich die wertvollste Erkenntnis aus der Folge und vielleicht sehen wir uns bei Instagram at Laura Marlina Seiler. Bestell dir so gerne das Buch von Seiner, Steh auf und leuchte, damit kannst du sie supporten und alle Links zu Seiner findest du auch hier in den Shownotes. Also, hab jetzt einen wundervollen Tag, es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.